Hallo liebe Leute, ich bin Christian, mein Bruder, aber der ist gerade nicht hier, der ist gegangen nach draußen mit Hellis und nach 5 Minuten kann der jetzt kommen, wir warten, oder? Ah, ich habe noch etwas vergessen und wenn das Video euch gefällt, abonniert Daumen nach oben und ihr wisst ganz genau, meine lieben Leute, wo die Glöcke ist, haut einfach da drauf und viel Spaß auf dem Video. Hallo, darf ich euch jetzt vorstellen, jetzt ist mein Bruder gekommen, darf ich vorstellen, mit unseren Schuhen vom Foot Lock, die haben gekostet 250 Euro und jetzt, darf ich euch jetzt dem vorstellen, meine lieben Leute, ja, darf ich vorstellen, Metco.